Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget hier auf dem Kanal. Ich habe heute mal ein bisschen was besonderes rausgesucht und zwar ein Multiplayer-Deck. Ich weiß, wir haben viele Leute hier, die zuschauen, die gerne mal Multiplayer-Magic spielen. Also nicht nur 1 gegen 1, sondern vielleicht 2 gegen 2, also Two-Headed Giant. Oder mit drei oder mehr Spielern, vielleicht sogar Free for All, also alle gegen alle. Da sind manchmal die normalen Decks, besonders die Decks, die ich hier auch so baue, gar nicht mal so stark. Und ich habe heute extra mal für alle Multiplayer-Spiele mir ein Multiplayer-Deck ausgedacht, wo die Karten wirklich auf viele Spieler gleichzeitig gehen, man dadurch einen guten Vorteil bekommt. Und ich weiß nicht, je nachdem wie da das Feedback ist, könnt ihr sehr gerne mal einen Kommentar oder einen Daumen hoch da lassen. Dann kann ich mal schauen, ob ich in Zukunft vielleicht noch mal ein etwas anderes Multiplayer-Deck vorstelle. Ja, genug geredet. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das heutige Budget-Deck an. Viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr jetzt auch die Deckliste. Ich habe mir ein Mono-Schwarzes Deck überlegt und das Deck würde ich dann tatsächlich eher wirklich nur in Multiplayer-Varianten spielen. Nicht im 1 gegen 1. Da sind die Karten dann tatsächlich nicht mehr effizient genug. Also es ist immer ein lustiges Hin und Her, das ist eben genau das Problem, was ich mit meinen normalen Magic-Decks habe. Die sind fürs 1 gegen 1 und in Multiplayer-Runden sind die dann immer meistens zu schlecht. Ja, deswegen jetzt hier einmal wirklich das Multiplayer-Deck. Vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal andere Multiplayer-Decks, wie gesagt. Aber wollen wir uns das Ganze jetzt erstmal anschauen. Ich würde sagen, das Ganze passt unter Mono-Black-Control, würde ich das einordnen. Es ist ein ganz leichter Devotion-Theme drin, das ist einfach immer super stark. Gerade bei Budget-Decks, wo wir gerade über das Budget reden, auch super preiswert geworden. Das Deck aktueller Preis mit Porto sind ungefähr 26 Euro. Also wirklich sehr preiswert. Sind ein paar stärkere Karten drin, die man dann aber auch notfalls in anderen Decks noch benutzen kann. Und es ist halt ein sehr geiles Multiplayer-Deck geworden, wie ich finde. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Karten wirklich einmal im Detail an. Starten wir mit unseren Kreaturen. Wir haben nicht super viele Kreaturen. Gedanke ist natürlich, im Multiplayer fliegt super viel Removal rum. Alsobald es mehr als 1 gegen 1 ist, sind die Kreaturen einfach nicht so wirklich sicher, wenn sie sich nicht selber beschützen können. Unsere Kreaturen können das nicht. Also brauchen wir ein paar sehr solide Kreaturen oder einfach sehr gute Zauber. Ganz am Ende des Spiels wollen wir nämlich diese richtig starken Spells einfach rauslassen. Gerade am Anfang, das Spiel baut sich immer ein bisschen langsamer auf im Multiplayer. Die Spieler wollen nicht so richtig angreifen. Jeder muss ein bisschen auf seine Strategie achten. Und genau das wollen wir hier ausnutzen. Dann einfach mit sehr starken, effizienten Spells das Spielgewinn. Also als allererstes haben wir den Vampire Nighthawk. Ist einfach eine super solide Budget-Kreatur. 3 Mana 2, 3 Fliegen, Todesberührung und Lebensverknüpfung. Sind natürlich drei sehr starke Werte auf so einer Budget-Kreatur. Ist super gut. Falls er stirbt, ist das nun mal so. Mit Doppelschwarz in den Kosten ist er aber zusätzlich super gut für unsere Hingabe zu Schwarz. Also einfach eine super Allrounder-Kreatur. Kann man definitiv zocken. Ja, Hingabe eben kurz angesprochen. Wir haben zwar nicht super viele Permanents, aber Grey Merchant auf Asphodel definitiv viermal gesetzt. Fünf Mana, zwei, vier. Wenn er das Spielfeld betritt, verliert jeder Gegner. Das ist jetzt nämlich wieder wichtig. Auf vielen Karten beachtet man das gar nicht so. Steht nämlich drauf, jeder Gegner. Und dann sind die Effekte natürlich super stark im Multiplayer. Jeder Gegner verliert x Leben. Wobei x unsere Hingabe zu Schwarz ist. Und wir kriegen so viel Leben dazu, wie Leben verloren wurde auf diese Art und Weise. Das ist natürlich ein super Effekt. Wenn wir zum Beispiel 4 for All mit vier Spielern spielen, also drei Gegner. Und selbst wenn wir nur x gleich vier machen, verliert jeder Gegner vier Leben. Wir kriegen zwölf dazu. Ist natürlich ein super starker Effekt. Selbst wenn wir ihn aufs leere Board legen, gibt er sich selber Hingabe 2. Das ist auch schon in Ordnung. Aber noch in Kombination mit unseren anderen bleibenden Karten, die ihr gleich sehen werdet, kann der Grey Merchant ruhig durchaus mal x gleich 6, 8 oder 10 haben. Das ist halt schon relativ stark. Natürlich nicht so heftig wie in einem wirklichen Mono-Black-Devotion-Deck. Aber wir wollten ja hier wirklich aufs Multiplayer-Magic achten. Und deswegen brauchen wir einfach noch ein paar andere Karten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Am Ende der Kurve finden wir dann noch drei Kreaturen. Wir haben zweimal Kukusho, The Evening Star. Eine wirklich meiner favorite schwarzen Kreaturen. Und im Multiplayer-Magic natürlich noch umso stärker. Durch den Reprint in Iconic Masters jetzt auch im Preis gefallen. Also perfekt, was wollen wir mehr? 6 Mana, 5, 5 fliegend. Sind durchaus solide Werte. Aber sein Effekt ist natürlich super. Wenn er stirbt, verliert jeder Gegner 5 Leben. Das ist halt echt solide. Und wir kriegen dann wieder so viel Leben, wie Lebenspunkte verloren wurden. Ist halt ein netter Effekt. Ist quasi ein permanenter Grey Merchant, der immer auf 5 sitzt. Ein bisschen anders auf eine Kreatur natürlich aufgeteilt. Aber ist ein sehr starker Effekt. Und kann notfalls im Nachhinein auch nochmal Hingabe für den Grey Merchant geben. Kukusho, The Evening Star. Klar, dann ein One-Off, Pestilence Demon. Super nice Karte. Wir haben hier ein paar einzelne One-Offs im Deck. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und der Pestilence Dämon ist einfach eine super Karte. Auch im Multiplayer. Wenn das Spiel mal richtig lange dauert, können wir ihn für 8 legen. 7, 6 fliegend. Er hat keinen Schutz vor irgendwas. Deswegen ist er halt wirklich eher hier so eine Spaßkarte. Er muss irgendwie Einfluss auf das Feld haben. Also vielleicht mit ein bisschen Zusatzmahner sogar ausspielen. Denn dann kann er immer Schaden auf alle Kreaturen und alle Spieler schießen. Wir haben eh immer relativ viele Lebenspunkte. Da kann man mit dem Dämon tatsächlich auch mal Spieler töten. Er räumt aber auch gleichzeitig das Feld auf. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Karte, so um sie einmal im Deck zu haben. Wie gesagt, ein bisschen Spaß muss sein. Gehen wir mal weiter zu unseren Nicht-Kreaturen. Und da geht das Deck ja jetzt erst richtig los. Da wir eine relativ hohe durchschnittliche Mana-Kurve haben, habe ich hier noch viermal Mindstone im Deck. Das ist unsere erste Nicht-Kreaturen-Karte. Sehr schönes Ramp-Artefakt, wie ich finde. Einer meiner Favorites auch. Zwei Mana. Tap für ein farbloses Mana. Das können wir uns natürlich in einem einfarbigen Deck jetzt sehr gut erlauben. Er rammt uns nicht nur von zwei auf vier Mana dann im dritten Zug, was sehr gut ist für unser Deck, sondern wir können ihn später auch noch opfern, um eine Karte nachzuziehen. Ist also eine sehr schöne Karte, falls uns doch mal die Karten ausgehen und wir eh schon genug Mana haben. Können wir ihn noch mal in eine frische Handkarte verwandeln. Definitiv sehr stark für unser Deck. Dann haben wir noch viermal Curse of Disturbance. Perfekt fürs Multiplayer natürlich. Drei Mana. Ein Fluch. Wir verzaubern einen Spieler und immer wenn der verzauberte Spieler angegriffen wird, kriegen wir einen 2-2er-Zombie-Token und jeder Gegner, der den Spieler angreift, kriegt ebenfalls einen 2-2er-Zombie-Token. Und das ist natürlich sehr lustig im Multiplayer-Spielen. Da können wir so ein bisschen manipulieren, wer wen angreift. Das ist natürlich cool. Jeder, der den verzauberten Spieler angreift, kriegt dafür einen Zombie-Token als Belohnung und wir kriegen halt auch immer einen, um uns verteidigen zu können. Wir müssen nicht unbedingt angreifen. Wir haben ja auch Devotion und gleich noch sehr starke Zaubersprüche. Also der Curse of Disturbance wirklich sehr gute Karte, um alle Spieler abzulenken. Sehr effektiv und besonders, wenn man damit mehrere Spieler verzaubert, dann geht es halt richtig los. Sehr starke Karte. Müssen wir auf jeden Fall 4-mal hier in unserem Multiplayer-Deck spielen. Kommen wir zu unserem Karten-Vorteils-Paket. Wir müssen natürlich auch irgendwie Karten-Plus machen. Das Ganze muss irgendwie in die Deck-Strategie passen. Ich habe mich für 2-mal Underworld Connections entschieden. Ist eine super Card-Draw-Karte aus dem Mono-Black-Devotion-Deck. Super gut. Gibt also Hingabe 2, weil sie ja permanent im Spiel bleibt. Deswegen sind hier keine Card-Draw-Zaubersprüche quasi drin, sondern das hier in Form einer Aura. Wir können das verzauberte Land für einen Lebenspunkt noch zusätzlich tappen, um eine Karte zu ziehen. Super geile Karte. Definitiv wichtig. Und in Kombination mit Siphon-Mind definitiv genug Karten-Vorteil auch. Siphon-Mind eben angesprochen. 4-Mana-Hexerei. Jeder andere Spieler diskartet eine Handkarte. Und wir dürfen eine Karte ziehen für jede Karte, die auf diese Weise abgeworfen wurde. Sehr nice. Hier auch im alten Print. Gibt es auch in neuem Artwork, wer das ein bisschen cooler findet. Oder im neuen Kartenrahmen aus den Commander-Sets. Super gute Karte. Je nachdem, je mehr Gegner wir haben, desto besser wird das Ganze. In der Regel, ich gehe immer von mindestens 2 Gegnern aus, ist es 4 Mana. 2 Karten werden abgeworfen. Wir ziehen 2 Karten. Das ist halt solide. Wenn man aber sowas wie 4 Spieler, Free-for-All-Spiel, sind das schon 3 Karten und wir ziehen 3 Karten. Das ist also ein sehr effektiver Spell. Kann man gut zocken. Das Ganze halt auf einer Kammen. Was will man mehr? Sehr schönes Karten-Vorteils-Paket. Was den Gegner halt eben gleichzeitig auch noch Handkarten kostet. Finde ich sehr nice. Kann man so zocken. Gehen wir mal einen weiter. Als nächstes haben wir 4x Bartha ein Blatt als Removal. 4 Mana. Jeder Spieler opfert 2 Kreaturen. Hier kann man natürlich auch beliebig viele andere Zaubersprüche spielen. Ich wollte bewusst kein Spot-Removal spielen. Also ein Zauberspruch, der genau eine Kreatur zerstört. Das war mir im Multiplayer einfach nicht gut genug. Wer Mass-Removal-Spells hat, kann sie hier natürlich spielen. Mit dem Sacrifice kann man halt immer noch ein bisschen drumherum spielen. Je nachdem, was man selber für Kreaturen hat. Wenn man zum Beispiel einen Kokoschu hat, kann man ihn bewusst damit opfern. Deswegen wollte ich hier das Bartha ein Blatt spielen. Außerdem kostet es 4 Mana. Wir können es also mit dem Mindstone auch sehr schön im dritten Zug spielen. Wenn alle Gegner schon Kreaturen legen und wir nicht, dann machen wir erstmal Zug 3. Jeder Spieler opfert 2. Alles ist wieder schön frei. Und dann können wir halt von vorne anfangen. Ich finde, es ist halt eine sehr effektive Karte hier in unserem Multiplayer-Deck. Wie gesagt, Language könnte man zum Beispiel auch zocken als Mass-Removal. Ist durchaus eine Option. Jeder, wie er möchte. Ich habe mich halt hier für Bartha ein Blatt entschieden. Dann noch 2 Black Market. Eine wirklich schöne Verzauberung fürs Multiplayer, wie ich finde. 5 Mana Enchantment. Immer wenn eine Kreatur in den Friedhof geht, kommt eine Ladungsmarke auf den Schwarzmarkt. Und zu Beginn der ersten Hauptphase kriegen wir so viel schwarzes Mana, wie Ladungsmarken auf diesem Enchantment liegen. Das ist auf jeden Fall super cool. Wir brauchen das auch wirklich nur 2 Mal im Deck. Das wollen wir zwischendrin einfach mal, wenn wir Zeit haben, auf den Tisch legen. Und Multiplayer-Spiele dauern ja manchmal einen Ticken länger. Generell sterben sehr viele Kreaturen. Oft hat einer der Gegner auch immer noch Mass-Removal. Also alles Mögliche stirbt. Der Black Market lädt sich immer weiter auf. Und da wir relativ viele Karten ziehen und gleich auch noch sehr starke Zaubersprüche haben, können wir das ganze Mana wirklich gut und effizient nutzen. Und damit den Gegner oder eben die Gegner eventuell sogar alle gleichzeitig töten. Erzähle ich euch aber gleich noch mehr zu. Erstmal noch 2 schöne Fun-Spells, die ich auf jeden Fall hier spielen wollte. Die aber wirklich nur optional sind. Ich wollte ein bisschen Spaß noch in das Deck reinbringen. Da könnt ihr aber auch gerne noch eigene Karten spielen, je nachdem worauf ihr Lust habt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die erste Karte ist Capital Punishment aus Conspiracy. Ich mag die Karten einfach super gerne und im Casual kann man sie super spielen. Und gerade die Karten mit Councils Dilemma kann man halt im Multiplayer am besten spielen. 6 Mana Hexerei, wie gesagt. Beginnend mit uns, stimmen die Spieler ab und jeder Spieler kann für Tod oder Steuern stimmen, also Death or Texas. Und jeder Gegner opfert eine Kreatur für jeden Death Vote und wirft eine Handkarte ab für jeden Texas Vote. Ist auf jeden Fall eine lustige Karte, ist immer ein bisschen ein anderes Outcome, ist ganz cool. Wir haben eh sehr viel Mana und ist einfach ein Spell, der in Multiplayer-Runden super viel Kartenvorteil macht. Also da ist ja wirklich gut, wann sollen wir die Karten sonst spielen und ich fand sie einfach echt cool, passend zum Deck. Und auch einfach passend zur Thematik, so von so einem Mono-Schwarzen-Control-Deck. Ich fand sie cool und wollte sie auf jeden Fall einmal zocken. Dann ähnlicher Effekt, also ähnlicher Spaß-Effekt. Baneful Omen, 7 Mana Enchantment, das ist schon ziemlich teuer. Zu Beginn unseres Endsteps, das macht wenigstens sofort was, das Enchantment, also noch in unserem Zug. Für so viel Mana muss das auch wirklich sein. Wir dürfen im Endstep die oberste Karte aufdecken. Wenn wir das machen, verliert jeder Gegner, auch nur deswegen konnte ich sie spielen, jeder Gegner so viele Lebenspunkte, wie die aufgedeckte Karte Mana kostet. Ja, wir haben ein paar teure Karten, also 5, 6, 7, 8 Mana ist da halt schon mal durchaus drin. Ist ganz cool, wenn man da jedem Gegner halt eben mal so, paff, irgendwie 5 abzieht mit einem Grey Merchant. Ist das schon ganz cool. Also, damit die Spiele halt auch nicht ewig lange dauern, ist Baneful Omen nochmal so eine Möglichkeit, einfach um ein bisschen Momentum ins Spiel zu kriegen. Ich finde, das ist eine ganz coole Casual-Karte, die echt Spaß macht und zusammen mit Capital Punishment wirklich noch so ein kleines Spaßpaket. So, schauen wir noch unsere richtig krassen Finisher-Spells an. Hier haben wir dann 3x Exanguinate und ein Torment of Hailfire. Den Split ganz bewusst so gesetzt, das Torment ist ein bisschen schlechter, eigentlich wollte ich das gar nicht spielen, aber großer Nicole Bolas Fan und in dem Mono-Schwarz-Control-Dick wollte ich das auf jeden Fall spielen. Wir haben zum Ende hin halt echt sehr viel Mana, gerade wenn das mit dem Black Market anläuft, dann haben wir sowieso gefühlt unendlich viel Mana irgendwann. Aber generell sehr starke X-Spells, weil sie in Multiplayer-Formaten einfach sehr stark sind. Zum einen, jeder Gegner verliert x Lebenspunkte und wir kriegen so viel Leben, wie eben Leben verloren wurden für Doppelschwarz und X. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv, glaube ich, muss ich nicht viel zu sagen. Und weil ich einfach Bock hatte, eben ein Torment of Hailfire, auch Doppelschwarz und X. Und hier wird halt folgender Effekt x mal wiederholt, jeder Gegner verliert 3 Leben, es sei denn, er opfert eine nicht landbleibende Karte oder wirft eine Handkarte ab. Falls er das eben nicht kann, muss er zwangsläufig die 3 Lebenspunkte verlieren. Das ist halt sehr cool, räumt auf jeden Fall das Feld auf, wenn die Gegner eh schon ein bisschen weniger Handkarten haben, dann können sie sich gar nicht so frei entscheiden. Ist ein sehr lustiger Effekt, sich da anzugucken, was eben im Multiplayer passiert. Und deswegen hier ganz bewusst der 3-1er-Split. Ich wollte halt wirklich ein bisschen den Mittelweg zwischen Power-Level und etwas Spaß auf jeden Fall finden. Sehr lustige Karten auf jeden Fall und sind super stark hier in diesem Deck. Die Mana-Base ist relativ simpel gehalten. Wir haben 20 mal Standard-Land-Sumpf und da wir ein einfarbiges Deck sind, wollte ich natürlich 4 Utility-Länder verbauen. Ich habe mich jetzt hier für Leech-Ridden-Swamp entschieden. Sehr schönes Multiplayer-Land, wir können es nicht nur für Mana tappen, sondern auch für ein schwarzes Mana tappen. Und dann verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Ist auf jeden Fall ganz cool, können wir nur aktivieren, wenn wir 2 oder mehr schwarze Permanents haben. Das ist eigentlich nicht das Problem und es ist halt ein sehr nettes Land einfach im Multiplayer, um mal den letzten Schaden zu machen. Wenn das Spiel mal ein bisschen länger dauert, wir den Swamp öfters hier im Spiel haben, den Leech-Ridden-Swamp, können wir die Gegner halt 2-3 Leben die Runde verlieren lassen. Ist noch ganz nett, eben bis wir unsere richtig starken Karten ziehen. Ja, das war es auch schon für dieses Deck. Eine Deckbewertung gibt es noch nicht für die Multiplayer-Decks. Das ist halt sehr, sehr, sehr schwer mit den anderen Decks in einen Kontext zu kriegen. Aber falls es in Zukunft noch mehr Multiplayer-Deck-Checks gibt, vielleicht auch mal ein richtiges Multiplayer-Commander-Deck, wird sich alles zeigen. Lasst auf jeden Fall reichlich Feedback da. Wenn ihr Bock auf Multiplayer-Videos habt, ruhig einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal natürlich noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.